So, jetzt sind wir wieder hier. Wir hatten gesagt letztes Mal, dass wir hier den Pilz dann noch holen müssen. Das machen wir doch mal. Und dann würde ich sagen, guck mal das Logo und dann gehen wir auf den Großbildschirm. So, und ich meine hier hinter dem Busch. Ich dachte hier wäre auch noch ein Pilz gewesen vom letzten Mal, aber da habe ich mich wohl vertarnt. Gut, wir wollten Zinn und wir wollten Kupfer. Und irgendwie haben wir keinen Sound vom Spiel. Schon wieder nicht. Keine Ahnung was das ist. Mal schauen. Ne, geht immer noch nicht. Das ist schlecht. Müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Könnte sein, dass wir es jetzt hören, ne? Ja. Jetzt habe ich es. Keine Ahnung, warum das so war. Okay. So, jetzt müssen wir mal schauen. Hier waren wir überall noch nicht. Wir gehen mal weiter unten am Wasser erstmal, glaube ich. In der Nähe war ja auch der Uralte, oder? Sieht so aus, als ob das Eisenerz sein könnte, ne? Ist es aber nicht. Aber hier haben wir Zinnvorkommen. 5 Fasener, ja. Das ist nichts. Aber das dürfte was sein, oder? Ja. Und das können wir schon nicht mehr aufheben. Das heißt, wir sind schon wieder voll. Dann schmeißen wir die Steine mal gerade weg. Und dann nehmen wir nämlich den Zinn auf, oder? Aber das hat er trotzdem nicht gemacht. Was können wir denn noch wegwerfen? Holz. So. Wir gehen trotz alledem mal weiter. Und forschen hier das Land ein bisschen voraus. Hier ist... Eine Dingenshöhle. Äh, na. Eine Höhle ist gut, ne? Oh, das war die falsche Taste, ne? Oh, da ist noch was Gelbes. Wernstein. Gut, dann haben wir das auch aufgehoben. Hier ist irgendwie neblig. Kommt's erst, oder? Lass mal besser die Axt nehmen. Da ist ein Turm. Oder? Oder? Ne, täuscht nur, oder? Ne, die Bäume standen dementsprechend passend. So, gehen wir mal hier lang. Das Land hört hier auf. Ein Hügel vorm Ende, oder wie ist das? Aber da hinten ist doch auch nochmal Land, ne? Da muss man mal rüber schwimmen, ne? Mal schauen, was hier los ist. Okay. Wir sind gerade irgendwie so ein bisschen kaputt gegangen mit der Ausdauer, oder was? Ich könnte was zu essen vertragen. Pilz ist alle. Ja. Ja, da geht's auch weiter. Da wäre irgendwie noch ne Insel, glaube ich. Wir schwimmen da mal rüber. Schwimmlevel aufgestiegen, okay. Komme ich denn jetzt hier mal hoch? Oh, nee, ne? Boah, zum Glück geht's hier gerade so ein bisschen schräg hoch, ey. Das war ja wieder der Bringer, ne? Und da komme ich jetzt gar nicht hin. Das ist zu weit weg. Oder? Würde ich mal sagen, ne? Und jetzt brauche ich auch gar nicht schwimmen, wegen sterbe ich dann gleich, oder? Jetzt kommt hier noch so eine dicke Welle rein. Ja, das ist wohl nichts. Wie kriegen wir das jetzt wieder hin, da hin zurück zu schwimmen? Ist da vorne ein Vogel auf dem Wasser, oder was da? Ja, komm. Wir müssen so oder so zurück. Guck, da sind wir bestimmt schwimmen und schon wieder aufgestiegen. Läuft doch, oder? Hier auf der Insel ist ein Hirsch. Ach nee, und da gibt's auch noch Leute, die hier... Wo kommt ihr denn weg? Hier gibt's doch gar nichts, wo ihr spawnen könntet. Das ist schon komisch, oder? Ja, und jetzt nix. Zurück geschwommen. Oh, ich hab keine Ausdauer. Shit. Oh oh. Mann, 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 Mann. Das war wohl nix. Wer ist da jetzt gerade ins Wasser gegangen? Ein Reh? Tatsächlich. Energie hab ich jetzt aufgetankt, oder? Schauen wir das jetzt, oder schauen wir das nicht? Müssen wir es schaffen, oder? Na, da laufen wir ja schon. Okay. Beim Schwimmen nimmt der Schwert weg, oder was? Beziehungsweise die Axt. Auch interessant. Was war das? Ah, die untergehende Sonne reflektiert da irgendwo im Wasser. Durch den Wald durch. Sehr interessant. So, Karte einmal gucken nochmal. Okay, da könnte man jetzt noch rechts weiter lang gehen, ne? Schauen wir mal. Aber es ist sowieso schon dunkel, ne? Wo bist du da? Ist hier noch einer, ne? Doch, da. Wo kommen die denn weg? Ist jetzt auch schlecht hier im Dunkeln, ne? Können wir irgendwann was bauen? Ich glaube nicht, ne? Was könnten wir bauen, das ist die Frage. Eine Werkbank müssten wir als erstes haben, Ben. Eine schmiedene Zehenholzbrasse für die Werkbank. Jetzt ist der Baum erstmal in zwei Stücke, sozusagen. Und jetzt haben wir hier ganz viel Holz. Ist die Frage, wie will ich davon tragen können, ne? Wo ist er? Da. Hm, ist noch mehr? Ah, da. So, jetzt nochmal schauen. Jetzt geht schon eine Werkbank. Das ist schon mal gut. Die muss aber wahrscheinlich unter Dach und Fach sein, ne? Hm. Ne, hier geht's ja. Stopp, das war falsch. Und dann müsste ich jetzt hier Möbel bauen. Ein Bett. Was brauche ich dafür? Wieder Holz. Aber Holz, ah. Holz muss doch hier rumliegen, oder? Na, ich hab doch hier einen Baum gefällt. Da muss doch irgendwo Holz liegen, oder? Ah, hier ist doch Holz, aber nimmt er nicht auf. Kernholz. Kernholz. Aufheben. Kein Platz im Inventar. Gut, dann nicht. Nehmt er das auf? Ja, das nimmt er auf. Acht Holz, wie viel haben wir denn? Sechs, okay. Was ist das denn hier? Gesunder Mähd, okay. Können wir mal das hier hinlegen. Und gerade schauen, dass wir Holz aufsammeln, ne? Das, was wir brauchen, ist jetzt gerade nicht dabei, ne? Ist wieder wunderbar. Kernholz gibt's hier. Eigentlich müsste man unten im Wasser noch einen Stamm legen, ne? Okay. So. Okay. So. Wo kommen die jetzt alle mit mal weg? Kann doch jetzt nicht sein, oder? Hinter mir ist er. Ich könnte was zu essen vertragen. Ja, wo ist meine Werkbank? Da. Ein bisschen Holz haben wir. Jetzt haben wir genug Holz zum Betten bauen, oder? Die Folge ist zu lang. Ich mache hier mal ein Zweiteiler raus. Ich würde sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Mal ein Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne, wenn wir das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Bis dann.